Du kannst auch im Haus warten, ne? Ich kann mich erst mal drum kümmern. Ich bin jetzt bei dir im Haus. Ja, willst du da erst mal warten? Ich kümmere mich erst mal drum. Ja, kannst du machen. So, da hast du noch vier Knochen. Die liegen jetzt vorm Kuchen. Oh, ich gehe wieder nach oben. Ich habe ja jetzt meine Kampfwölfe. Ja. Dann gehe ich mal auf die Jagd. Da war ich es wieder dunkel. Ich warte hier, in deinem geheimen Versteck. Da ist sie sicher. Ich schlafe jetzt bei dir. Aha. Das ist ja auf jeden Fall jetzt dein Spawnpunkt, ja. Ja? Ja, wenn du stirbst, wirst du da wieder überlebt. Ist ja nicht so schlimm, oder? Nö. Natürlich nicht. Ich hoffe, bei dir ist es hell genug. Ich sehe doch... Ist das ein Skelett? Ich hoffe nicht, dass das ein Enderman ist. Ja, es ist ein Skelett. Das bin ja auch schon ich. Mensch. Mach ihn fertig. Danke. Ey, der hat keinen Knochen fallen lassen. Das ist enttäuschend. Der hat den Hund direkt gefressen. Haha, das ist ja dreist. Wenn er nur einen gibt, du kannst ihn nicht teilen. Einer für mich, einer für mich. Oh Gott. Enderman. Dreht dich um. In die andere Richtung. Ich gucke den jedenfalls nicht direkt an. So, ich bin mir nicht entstanden. Bisher ist auf jeden Fall nichts passiert. Wie macht man das denn auf? Wo häng ich jetzt fest? So. Ich sehe überall Enderman. Da hinten ist nämlich auch einer. Da. Wie? Das ist jetzt der andere. Das ist jetzt der, der hier war. Ich muss tschüss. Ich weiß nicht genau, was die machen. Die können sich ja transportieren. Also ich habe jetzt auf jeden Fall wieder zwei Knochen. Dein Dachboden ist ja ganz schön leer, ne? Ja. Du kannst ja das hinbauen. Ja, und wie soll ich den Zustellen? Messi? Ja, nicht zustellend in dem Sinne. Aber ein bisschen voller. Kannst du machen. Tog dich aus. Ich tänze einfach ein bisschen rum. Achso, ja. Das stimmt. Oh, bei mir hängt es. Skelett. Au. Ich bin in ein Loch gefallen, kann nicht mehr raus. Ein Zombie kam mit mir ins Loch. So, dann lege ich mich erstmal wieder ins Bett. In der Hoffnung, dass mich nichts angreift. Und schau dir dann zu, wie du schön spielst. Da ist wieder ein Enderman. Ja. Da ist ein Creeper. Bei uns, bei den Häusern. Mhm. Ich glaube, da ist auch direkt einer. Nee, das ist ein Zombie. Die Zombies geben auch Nerv. Die braucht keiner. Nerv, ich weiß nicht warum. Die haben eine viel größere Reichweite als ich mit meinem Schwert. Obwohl sie... Okay. Zwei Stück. Ja. Wenn die Wölfe lassen sich von Kaktus fertig machen. Naja. Hier aus meinem Beet. Nochmal zwei. Da ist doch das nächste. Da ist zumindest ein Pfeil auf dem Boden. Da ist wieder das nächste, oder? Mit dem Kaktus. Da ist noch ein Pfeil auf dem Boden. Boah. Steckt der fest? Keine Ahnung. Ich glaube, der hat sich verletzt. Auto speichern. Ach, tötet ihr noch nicht da? Ich muss nicht kauen. So, jetzt muss ich erstmal nach unten. Ey, jetzt misst ein Knochen. Hast du ihn auch eingesammelt? Ja. Okay. Ich hab's vollzählt. Jetzt hab ich elf Spinnen. Ich hab auch jetzt elf Knochen, die du mir ja eben hier zusammen gegeben hast. Ja, ich hoffe, dass ich gleich ein paar Skelette finde, wenn die Sonne aufgeht, die vor sich hin verrecken, die dann einfach ein paar Knochen abwerfen, ohne dass ich mich großartig um kümmern muss. Wow! Sein Wolf ist vorher weggeflogen. Ist der Wolf jetzt auch tot? Einen hab ich noch, ich weiß nicht, was mich im zweiten hat. Ich glaub, der ist nämlich auch gestorben. Kann sein. Was ist denn, dass der irgendwo im Loch hängt? Wahrscheinlich ploppt der gleich irgendwo vor mir auf und ich krieg den Riesenschreck. Weiß ich glaube, der lag gerade auf dem Boden und ist auch gestorben. Ja, das kann ja sein. Muss man diese fünf Hunde dann auch fertig haben? Ich denke nicht. Der ist jetzt nämlich auch tot, jetzt hab ich keinen mehr. Ja. Ist das ein Wolf? Das ist ein Wolf, ja. Los, schnapp ihn hier. Gotta catch em all! Pokémon! Jetzchen! Das müsste dann jetzt eigentlich mein Dritter sein? Der Tommy ist mir egal. Da vorne war auf jeden Fall ein Skelett, eben. Oh! Ich bin aufgewacht. Warum? War ich zu lange gewartet? Oder hab ich mich gar nicht mehr nach dem Brot ins Bett gelegt? Hm. Weiß nicht so genau. Müsste ich ja dann nachher in der Aufnahme. Bäh! Stimmt, ich glaub ich bin nach dem Brot essen nicht mehr ins Bett gegangen. Da ist auf jeden Fall wieder ein Skelett. Also ich hab jetzt noch einen Wolf gehabt. Und wieder zehn Knochen. Ui, nur einer. War das ein Wolf? Nein. Ein Skelett. Hallo. Du blöder! Wow! Wo hängt denn der Hund hin? Weiß ich nicht, aber guck mal wie wenig Herzen ich hab. Ui. Also komm doch nochmal zurück. Ja, aber jetzt geht die Sonne eh auf und das Skelett da verbrennt gleich. Ui, Kamikaze! Ey, der Hund! Ich weiß nicht, warum... Warum kann ich... Bin ich hier zu langsam? Wahrscheinlich, weil du nur noch ein Herz hast. Ja, toll. Jetzt kann ich nicht mehr von dem Creeper weglaufen. Achso, nee, du bist gebückt! Achso! Ah! Schade, Schuldige. Ich renne halt sofort wieder hin. Weg da, Schwede! Ey! Burn in hell! Ich höre es ja nicht. Schau lieber mal, ob nicht noch was runtergefallen ist. Wo runter in jetzt? Links. Naja, okay. Creeper! Du kannst übrigens jetzt wieder rauskommen und... Ach ja, ich bin auch wieder wach. Ach ja, ich bin auch wieder wach. Ich brauche jetzt, wenn ich Glück habe, nur noch zwei. Ah, das ist viel größer geworden. Vorher war es kein Problem, Creeper zu töten. Die Spinne rennt die ganze Zeit... Ich habe gerade eine Spinne dabei beobachtet, wie sie den Kampf gegen einen Kaktus verloren hat. Ah! Der Wolf scheint irgendwo runtergefallen zu sein. Wow, apropos runtergefallen! Ui! Ich hoffe so sehr, dass ich mich nicht mit fünf Wölfen gleichzeitig anfreunden muss. Noch eine Schlucht. Sehr gut! Ein Schwein.. ... der deinen Namen trägt. Ein Schwein, der deinen Namen trägt. Da steht, ach ist das immer noch das Schwein, das sieht aus wie die Stelle, das kann gut sein. Da ist ein Schaf, da ist ein Ei, ach guck mal, kleiner Zoo, leider kein Wolf dabei. Das Essgeräusch klingt aber echt widerlich. Ja, das Essgeräusch klingt aber echt widerlich. Ja, ne das ist meiner, verdammt. Ich hab das Halsband erst nicht gesehen. Mist. Man. Tja, Wölfe finden, kann ziemlich schwierig sein. Läuft ein Kuh über das Eis? Ey, ich hab einen. Komm her. Linker Taste, sonst greifst du den an und der macht dich fertig. Jetzt hab ich einen. Ich musste drei oder vier geben. Drei Stück, ich hatte elf. Okay. Jetzt hab ich einen. Läuft der jetzt auch mit oder sitzt der irgendwo? Ach so. Da hab ich vielleicht eins zu viel gemacht. Ne, du kannst ihm glaube ich keine Knochen geben, wenn der... Ach hallo. Hi. Hallo. Ob wir die jetzt nochmal züchten könnten? Hast du Fleisch dabei? Ne, ich hab auch kein Fleisch, weil ich die Schweine, die ich finde, gar nicht töte. Und Kuh. Sollte ich vielleicht noch. Da ist ne Kuh. Ich hab auch gleich wieder neues Schwert. Wof, wof, ah, noch ne Kuh. Ach Mensch, dass die Hunde zu doof sind. Um Kakteen zu machen. Oh. Also du kannst gleich, wenn du willst, dann zu meinem Haus kommen, wenn ich dann was Fleisch fertig hab. Vielleicht funktioniert's ja. 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 Ja, doch. Such ich so lange mal weiter. So, ich hab ein Brot gegessen und ein Stück Kuchen. Ich will auch Kuchen. Ja, ich hab dich schon mal auf Kuchen eingeladen. Du wolltest ja nix. Ja, in echt. Du willst in echt nichts? Ne, ich will in echt ein Kuchen. Ach so. Damit kann ich nicht dienen. Äh, was hatte ich denn jetzt vor? Ach ja, genau. Ich wollte Steaks machen. Ein bisschen scharf. Ach, mein Hund macht die ganze Zeit so doofe Geräusche. Der geht noch auf den Herd. Da ist noch ne Kuh. Jetzt kannst du es auch mal schlafen. Hey, ein Wolf. Ist der eine? Oder ist es deiner? Meiner ist es bestimmt nicht. Boah, der brauchte vier Stück. Du hast ihn noch. Vier. Ich hab noch elf. Du hast denn zwei, ne? Ja. Du hattest davor noch keinen. Genau. Jawohl, ich hab jetzt drei. Das Schwein steht da auf einem einzelnen fliegenden Block. Guck mal hier, da ist ein Schwein, hier ist ein Schwein, da ist ein Schwein. Ist das die Schweineschlucht? Die Schweinebucht. Eine Kuh, noch eine Kuh. Oh, schade, ich dachte, das ist ein Wolf. Ich hab grad einen Baum für einen Wolf gehalten. Ja, das ist auch nicht schlecht. So eine Birke oder was das war, so ein Heller jedenfalls. Ja, dann war es eine Birke. Komm her, du Schwein! So, ich geh dann erstmal wieder nach Hause, guck mal mit dem Fleisch nach. Schaf, ist mir egal. Oh, drei Schafe auf einen Haufen. Tja, aber das ist nicht das, was man sucht. Direkt auf Bewohner. Hast du noch Eisen? Ja, natürlich schon. Zuhause? Ja. Ich würd gerne, äh, mir noch ein Eisenschwert machen. Dann bräuchte ich dann drei Eisen für, ist das okay? Ja, klar. Ach. Äh, deine Truhe ist hier unten. Mhm. Ich glaub, ich hab sogar nur zweimal Eisen gebraucht. Ist jetzt wieder in der Truhe der Rest. Okay. Und gleich wird's wieder dunkel, deshalb solltest du vielleicht... Ja, ich bin schon auf dem Weg zurück nach Hause zurück, wie auch immer. Soll ich nochmal in die Kirche noch ein bisschen beten gehen? Für mehr Wolfe. Äh... Im Namen des Vaters ist das Sohne des Heiligen Blockes an. Ich muss auf jeden Fall gleich noch was essen. Und wenn du willst, können wir versuchen, Wölfe zu züchten. Ich hab jetzt auf jeden Fall vier Steaks. Der Wölf war vor mir und wie ich vor. Sechs Steaks, sieben Steaks. Genau. Und gleich mal koch ich noch was Rindfleisch, äh ne, Schweinefleisch. Ich muss kurz was essen. Bist du bei dir zu Hause? Ich komm jetzt. So. Kommst du zu mir? Ja. Achtung. Ey, ey, ey. Ne. Zuchtobergrenze. Wir haben noch nichts gezüchtet, aber egal. Vielleicht... Ne, das kann doch nicht daran liegen, dass wir zu zweit spielen. Ne. Ne. Wir hatten doch das schonmal... Äh... Das hat doch schonmal geklappt. Ja. So, ich geb dir erstmal noch mehr Knochen, ne? Ja. Oder gehst du jetzt wieder auf Jagd, weil du jetzt zwei Wölf hast? Ja, jetzt kann ich eigentlich wieder versuchen zu jagen. Okay, dann behalte ich die und dann tu ich die Knochen erstmal zumindest zum Teil hier in der Hauptruhe. Ja. Sie ist unten links. So, da hinten sehe ich direkt ein Skelett. Und noch ein Skelett und ein Zombie. Und komm raus. Mein Hund ist tot. Oh. Ach so, das bist du. Ja, das bin ich. Du bist auch so hell wie ein Skelett. Entschuldige. Sie ist tot. Okay. Was hat die denn hinterlassen? Wahrscheinlich Pferde. Ne, was Rotes. Äh... Spinnenauge. Okay. Das war auch nicht von Anfang an dabei. Ach du Scheiße, da ist Enderman. Bloß nicht angucken. Ach du Scheiße. Da war Creeper, ne? Ja, ich weiß noch nicht wo. Wird er schon mit dir erzählen? Ich hab versucht ihn anzugreifen. Ist er jetzt auf dich fixiert? Ja, denke schon. Da ist eine Spinne von deinem Haus runtergekommen. Freundlicher Enderman. Freundlicher Enderman. Das sind zwei Skelette. Wo denn? Das Geräusch war, glaube ich, wieder der Enderman. Stalker Enderman. Hinter mir ist was. Ich hab keine Ahnung was. Ich glaube Skelett, weil ich muss jetzt. Mein Schwert ist... Ah. Ist das da hinten mein Enderman? Ja. Oh oh, Creeper. Ich versuch den mal vom Haus weg zu locken. Ich hab den Creeper erledigt. Schau doch den Zombie, der ist unter meinem Haus wieder. Oder? Ja. Hinter mir. Mistfink. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ja, dann roh dich mal lieber ein bisschen aus. Und das ist ja schon mein Haus. Ja. Und du kommt rein. Rein mit euch. Na los. Wow. Wär auf mich. Spinnenauge. Ja. Ja. Jetzt komm rein. Also ich hab auf jeden Fall wieder zwölf Knochen. Sollte bald mal reichen. Aber das Problem sind die Wölfe. Ja. Du komischer Hund, du. Wo lagst du denn bald hin? Ich will, dass du dich hinsetzt. Super Creeper. Von hinten werd ich auch wieder... Ach, wieso sind hier im Moment so viele Creeper? Ich will keine Creeper, ich will Skelette. Oh nein. Oh Gott, ich hab meinen Hund geschlagen. Das ist an sich nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich nur essen. Hä? Der ist doch gerade explodiert. Wieso ist da direkt der Nächste? Hä? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Puh. So, ich tu mal wieder ein paar Knochen weg. Ja, ich tu meine auch rein. Ein paar. 18 Stück. Ich kann's nicht genau erkennen. 12 liegen jetzt in der Truhe. 19. Ich will keine Zombies. Spinnen, lass mich in Ruhe. Ernsthaft, lass mich in Ruhe. Was hab ich denn für mehr Reichweite? Das kann aber nicht sein. Da hilft ein Creeper vor sich hin. Die Sonne geht gleich wieder auf. Ja, ich glaub ich kann jetzt wieder... Ich hab voll Herzen. Jetzt zum Rest könnte ich wahrscheinlich noch rum. Na und? Und die kommen raus? Creeper beim Dorf? Komm her! Na ja, muss halt die Türen offen lassen. Ja. Creeper. Ow. Creeper. Oh Gott. Ah, jetzt fängt das Ganze an zu brennen. Gut. Ich hoffe, ich hab deine Terrasse nicht kaputt gemacht. Ach, wenn. Ist auch nicht so super schlimm. Könnte ich ja wieder aufbauen. Ein bisschen. Ein bisschen. Das ist eine Spinne. Kannst dir in Ruhe lassen am Tag. Ja. Okay, dann versuch ich's mal da in dem Gebiet. Puh. Puh. Hey, heute war eine erfolgreiche Nacht. Ich habe so viel Creeper erlegt. Ha. buscar ich. Das war aber auch nicht richtig.